Und hier im PULS24 Studio begrüße ich jetzt die Klubchefin der Grünen, Sigrid Maurer. Frau Maurer, vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, guten Tag. Frau Maurer, ich würde mit Ihnen gerne natürlich über das Hochwasser sprechen, auch über die Verantwortung der Politik in diesem Zusammenhang, Stichwort Hochwasserschutz. Ich würde Ihnen aber dann auch ganz gern immer wieder den einen oder anderen Ausschnitt aus einem Gespräch mit Frau Plackholm unter anderem von der ÖVP zeigen, wo ich schon sehr neugierig und sehr gespannt bin, was Sie dazu sagen. Zuallererst einmal die Frage, sind Sie oder jemand, den Sie kennen, unmittelbar betroffen auch von diesem Hochwasser? Also ich persönlich nicht. Ich lebe in Wien, aber bei uns im Klub sind ganz viele Abgeordnete aus Niederösterreich, die dort in den, also der Vizebürgermeister beispielsweise von Weidhofen an der Theia ganz stark betroffen, Silman Sauerbar, Dreis Mauer, die natürlich auch live berichtet haben, was sie gerade versuchen zu organisieren, wo Straßen aufgeschnitten werden, wo Sandsäcke gesucht werden etc., um den Wassermassen Einhalt zu gebieten. Und wir haben hier quasi auch von der politischen Verantwortungsebene quasi den Live-Ticker erlebt. Und ich möchte an dieser Stelle auch mein großes Mitgefühl all jenen aussprechen, die jetzt betroffen sind, die den Schlamm und das Wasser und die Verzweiflung in den eigenen vier Wänden haben. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation und der Dank gilt natürlich allen Freiwilligen, die in diesen Stunden, Österreich hat hier zum Glück einen sehr guten Zusammenhalt, versuchen, das Leid zu lindern und größere Schäden zu verhindern. Bleiben wir gleich beim Thema politische Verantwortung. Da gibt es nämlich mittlerweile auch durchaus Kritik daran, dass die Behörden oder vor allem auch politische Verantwortungsträgerinnen und Träger zu spät kommuniziert hätten, dass es hier also wirklich zu einem Jahrhunderthochwasser kommen kann. Wir können uns da vielleicht auch die Frau, Landeshauptfrau von Niederösterreich kurz dazu ansehen und hören, die da so letzte Woche noch relativ entspannt quasi darauf hingewiesen hat, dass diese Prognosen plus minus vielleicht zutreffen oder auch nicht. Es wird Regen geben, wie viel es dann ist. Schauen wir mal. Vielleicht können wir das kurz zuspielen, liebe Regie. Und Johanna Mikkel-Leitner da uns kurz anhören. Da hat mir auch ein Einwohner von Gas am Kamp erzählt, man hat da viel zu spät damit begonnen, das Wasser abzulassen. Die Wetterprognosen haben das schon viel eher hergegeben. Hat man von Seiten der Politik rechtzeitig die Maßnahmen gesetzt oder war man da zu spät dran? Hat man diverse Warnungen, gab ja auch Kritik im Internet von Meteorologen aus dem Ausland zum Beispiel, aus Deutschland, dass man die Wetterprognosen zu Beginn vielleicht gar nicht zu ernst genommen hat, beziehungsweise gar nicht mit so einem starken Regen gerechnet hat? Also wie viel Regen kommt, da gibt es immer Prognosen. Ob die Prognosen dann stimmen oder nicht, das kann keiner von uns letztendlich vorhersehen. Aber klar ist, dass die Expertinnen und Experten der Feuerwehr und vor allem auch den Behörden attestieren, dass sie sehr gute Vorkehrungen getroffen haben. Also in einem sind wir uns wohl einig, Feuerwehr, Rettungskräfte etc. Freiwillige leisten großartige Arbeit und das seit Tagen durchgehend. Die Frage, die sich allerdings stellt und die auch die Frau Landeshauptfrau nicht wirklich beantwortet hat, haben die politischen EntscheidungsträgerInnen, wie zum Beispiel auch Frau Johanna Mikl-Leitner, zu spät, zu wenig gewarnt? Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine sehr ehrliche Antwort geben. Ich kann das schlicht nicht beurteilen. Wir haben die Berichte von den Meteorologinnen und Meteorologen gesehen und gehört. Wir haben alle letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer verheerendere Schilderungen von dem, was kommen wird, gelesen auch. Und ich kann natürlich nachvollziehen, also wenn es hier an irgendeinem Punkt eine Maßnahme gegeben hätte, die man schon früher setzen hätte können, da muss man sich das im Detail anschauen. Ich bin aber einfach nicht die Expertin, um das zu beurteilen. Es geht auch gar nicht zu sehr um die Maßnahmen, es geht auch einfach darum, dass zum Beispiel auch Leonore Gewessler, ihre Parteikollegin, die auch zuständig ist für Hochwasserschutz und Wasserbau in Österreich, letzte Woche vor die Presse treten hätte können, um zu sagen, liebe Leute, Vorsicht, da kommt was auf euch zu. Schaut, dass ihr euch vorbereitet es drauf, das wird gröber. Genau, das ist passiert. Mitte der Woche war nichts, also ich habe die Berichte der Meteorologinnen so gelesen, dass sich irgendwelche Wettermodelle an irgendeiner Stelle dann angeglichen haben und dann war klar, es wird wirklich in dem Ausmaß massiv. Kann man sich alles im Detail anschauen. Ich glaube, das, worum wir tatsächlich diskutieren müssen, ist, wie können solche Dinge verhindert werden. Ich glaube, wir sind nicht schlecht aufgestellt, auch in der Akuthilfe, das grundsätzliche Problem ist ja, dass es überhaupt zu diesen ganzen Überschwemmungen und dem Problem kommt. Das hat zu tun mit der Bodenversiegelung und mit der Einzwängung unserer Flüsse und Bäche. Darüber werden wir auch noch reden, absolut keine Frage. Trotzdem nochmal die Frage auch an Sie, hätte man denn nicht trotzdem seitens der Politik früher sagen sollen, Leute, es wird ernst? Hätte man denn nicht auch von einer zuständigen Ministerin erwarten dürfen, dass sie sich hinstellt, schon Mitte letzter Woche und sagt, okay, die Prognosen schauen schlecht aus. Bereitet es euch darauf vor, dass da ein Hochwasser kommt, das es in sich hat? Zuständig sind die Meteorologinnen und die die Modelle berechnen. Ich glaube nicht, dass es Ziel und Sinn ist, ohne die wissenschaftliche Unterfütterung solche Dinge aufzustellen. Das gab es ja. Also es gab ja viele Meteorologen, die da schon letzte Woche darauf hingewiesen und gesagt haben, das wird ernst. Mein Informationsstand ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass sich diese Modelle angleichen und dass diese Wassermassen kommen werden, dass das gesagt wird. Kommen wir zum Thema Bodenversiegelung. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es ist Österreich Europameister, wenn es darum geht, Boden zu versiegeln. Wir können uns das auch anschauen, wir haben das grafisch aufbereitet. In Österreich werden täglich sage und schreibe zwölf Hektar Boden versiegelt. Das sind Zahlen des WWF. Das entspricht in etwa 16 Fußballfeldern pro Tag, die zubetoniert werden, versiegelt werden. Wo also auch dann Hochwasser, wenn es dann kommt, nicht mehr versiegen kann. Ist das etwas, wo auch Sie sich vielleicht an den Nase nehmen müssen, wo in den letzten Jahren zu wenig passiert ist, dass man da nicht besser darauf hingewiesen hat und jetzt kommen die Leute darauf, okay, es ist ein bisschen zu spät dafür? Also wer, wenn nicht Leonore Gewessler und Werner Kogler haben in den letzten Jahren das Thema Bodenschutz und Bodenversiegelung getrommelt, 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 getrommelt. Das 2,5-Hektar-Ziel, wo andere Parteien, nämlich die ÖVP und die Sozialdemokratie, sich weigern, dieses Ziel aufzunehmen. In die Bodenschutzstrategie, Gemeinden, die im Widerstand sind, irgendwo soll schon renaturiert werden und man soll entsiegeln und so weiter, aber bitte nicht bei uns. Und schon gar nicht wollen wir ein verbindliches Ziel. Es sind die Grünen und einzig und allein die Grünen, die dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben und sehr vehement verfolgen. Mit zahlreichen Beispielen in Oberösterreich, wo Flächen gerodet werden und versiegelt werden und dann werden sie nicht einmal verwendet. Von diesen ganzen Schuhschachteln, die wir an Ortsrändern haben, wo der nächste Supermarkt eine gebaut wird, wo niemand weiß, wer den braucht. Leonore Gewessler hat Maßnahmen für Entsiegelungen, Förderungen für Entsiegelungen, hat Ortskernbelebungen. Das hängt ja zusammen, diese Schuhschachteln mit Flachdächern am Rand, mit riesigen Parkplätzen, statt dass man die Innenstädte oder die Ortskerne wiederbelebt. Genau diese Maßnahmen hat sie gesetzt und die Einzigen, die dieses Thema von A bis Z mit voller Werf und auch mit dem entsprechenden Weitblick angegangen sind, waren die Grünen. Sagen Sie mir, eine einzige andere Partei, die das thematisiert. Es ist auch so, dass es andere Parteien durchaus anders sehen. Wir können uns den Kanzler anhören, der heute Folgendes zum Thema Bodenversiegelung in Niederösterreich zu Protokoll gegeben hat. Bitte sehr. Das Thema ist, wenn Sie Niederösterreich betrachten, Niederösterreich ist ein Flächenbundesland. 96 Prozent der Fläche in Niederösterreich sind nicht verbaut. Und trotzdem haben Sie jetzt gerade gesehen, welchen Druck das Wasser aufbauen kann. Ich habe gestern selbst mich überzeugen können, gerade beim Kamp, dass es natürlich wichtig ist, dass es große Auslaufflächen gibt, dort, wenn Hochwasserereignisse drohen. Aber man sieht, wenn der Boden durch eine permanente Beregnung so durchfeuchtet ist, dass er nicht mehr Wasser aufnehmen kann, dass es dann eben zu neuen Formen auch der Überflutungen kommen kann. Dafür müssen wir Vorsorge treffen. Da gilt es eben in der Zukunft eben die Investitionen zu treffen, damit die Menschen besser geschützt werden. Über 95 Prozent des Bodens in Niederösterreich sind nicht versiegelt. Kein Problem, sagt der Kanzler. Was sagen Sie dazu? Ja, also es lässt mich ein bisschen anders formulieren. Also eine solche Antwort treibt mich natürlich ein bisschen zur Weißglut. Weil wo ist denn versiegelt? Na logischerweise am Berg und da, wo der Wald ist, da haben wir nicht das Problem. Aber dort, wo die Siedlungen sind, dort, wo tatsächlich der Schaden angerichtet wird, um die Flächen geht es ja da, wo die ganzen Parkplätze hingeknallt werden und der Asphalt und der Beton hingeknallt werden, statt moderne Rasengitter oder was auch immer. Und ich finde es schon ein bisschen zynisch, dich jetzt so herauszureden, bei so einer großen Katastrophe, mit so argen Schäden, wo so viele Leute Schaden daran nehmen, was wahnsinnig viel Geld kostet. Und das von einer Partei, die mit massivsten Angriffen gegen Leonore Gewessler vorgegangen ist, die auf europäischer Ebene ein Gesetz ermöglicht hat, das genau die Renaturierung zum Fokus hat. Genau diese Themen, dass Flüsse wieder so laufen können, wie sie früher gelaufen sind, damit eben nicht wir diese großen Überschwemmungsszenarien haben. Also das ist sehr billig von Herrn Kanzler und es lässt mich ein bisschen am Verständnis der Zusammenhänge zweifeln. Weil Sie gerade das Renaturierungsgesetz ansprechen, auch dazu haben wir gesprochen mit einer Vertreterin der ÖVP, nämlich mit Claudia Plackholm, der Jugendstaatssekretärin auch, die ein sehr interessantes Statement dazu abgegeben hat. Vielleicht können wir uns das gemeinsam an und da würde mich auch sehr interessieren, was Sie dazu sagen. Gerade beim Thema Hochwasserschutz und Renaturierung ist es ja auch ein großes Fragezeichen, wie jetzt dieses Renaturierungsgesetz, das die Frau Bundesministerin im Alleingang in Brüssel beschlossen hat, aufgrund ihrer eigenen Ideologie und weil sie sich über den Rechtsstaat gestellt hat, wie das auch punkto Hochwasserschutz auszulegen ist. Weil das ist streng genommen natürlich auch eine Baumaßnahme, die gerade an Flüssen, an Bächen auch vorgenommen wurde die letzten Jahrzehnte. Und so etwas wollen wir selbstverständlich nicht rückbauen. Und wenn man jetzt streng genommen die Renaturierung so auslegt, wie es, glaube ich, die Zielsetzung ist, der grünen Kolleginnen und Kollegen, dann müssten solche Maßnahmen zurückgebaut werden. Renaturierung heißt, dass man die Dinge zurückbaut, die dem Hochwasserschutz ziehen. Haben wir da was missverstanden? Also dieses Statement macht mich einigermaßen fassungslos. Also es ist doch vollkommen klar, bei Renaturierungsvorgaben geht es darum, dass Flüsse ihre alten Geschwindigkeiten aufnehmen können, auf Auslaufbecken haben, nicht eingezwängt sind in Betonblöcke. Ich komme selber aus dem Stubetal. Dort gibt es ganz viel Wildbachverbauung mit dem Effekt, dass das Wasser, das auch viel mehr wird, viel zu schnell wird und wir dauernd Verklausungen und derartige Probleme haben, wo natürlich, hat natürlich eine Auswirkung auf die Biodiversität. Was können da überhaupt noch für Fische drinnen sein, etc., etc. Also es ist die Jugendstaatssekretärin, die eigentlich zum Ziel haben müsste, die künftige Generation zu schützen. Es ist ein weiteres Beispiel, Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz gibt es ausschließlich mit den Grünen. Man muss die Grünen wählen, damit man das kriegt. Die anderen ignorieren es sogar angesichts einer solchen Katastrophe. Das ist doch, also das macht mich tatsächlich fassungslos, wie man so einen Blödsinn sagen kann angesichts solcher Bilder. Weil Sie gerade gesagt haben, man muss die Grünen wählen, um Umweltschutz zu bekommen in Österreich. Jetzt ist es so, dass da sehr viele Menschen auch gerade sagen, es eignet sich so eine Katastrophe nicht, um Wahlkampf zu machen. Es ist gerade eine enorm schwierige Situation für sehr viele Menschen in Österreich. Es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, um über Wahlen auch zu sprechen. Sind Sie das auch so? Also es haben die Bundesspitzen den Wahlkampf jetzt über die letzten Tage niedergelegt und haben eine Pause gemacht, während unsere ganzen Gemeinderätinnen und Bürgermeisterinnen und Freiwilligen natürlich draußen waren, um die Bekämpfung der Hochwasserkatastrophe zu unterstützen, teilweise zu leiten, je nach Funktion. Und ich teile diese Einschätzung grundsätzlich. Es geht jetzt mal darum, zusammenzuhalten, das Schlimmste zu verhindern. Dann werden wir gemeinsam aufräumen. Aber wir werden auch an einem Punkt darüber reden müssen, wie wir, was der Hintergrund dieser Katastrophe ist und wie wir sie in Zukunft vermeiden. Und natürlich hat es ganz zentral was mit dem Klimawandel zu tun, mit der Klimakrise. Die Mengen an Wasser, die in der Luft sind aufgrund der Klimaerwärmung, sind wesentlich größer, mit jedem Grad 7 Prozent mehr. Und natürlich ist die grundsätzliche Frage, wie gehen wir mit unserem Boden um? Sie haben das in Ihrem Beitrag, in Ihrer Grafik vorher gezeigt. Wir versiegeln Ende nie und da braucht es endlich ein Umdenken. Und natürlich muss man das ansprechen, wenn man über politische Verantwortung spricht, dann muss man auch das ansprechen, dass es hier natürlich darum geht, solche Maßnahmen zu machen. So, und jetzt finde ich es spannend, weil wir haben einen Wahlparometer auf PULS24 AT. Da können wir uns auch kurz ansehen, wie es da derzeit aussieht. Da sieht man so circa, wie die Parteien stehen. Und da ist es einfach so, dass die Grünen offensichtlich stark verlieren werden bei dieser Wahl. Weil die Frage an Sie, wenn das so ein wichtiges Thema ist, das ganz offensichtlich ganz vielen Menschen auch unmittelbar am Herzen liegt, weil sie jetzt merken, okay, da geht es um mein Zuhause, das mir weggeschwemmt wird, absauft. Warum gelingt es den Grünen nicht noch besser zu sagen, Leute, wir sind diejenigen, die sowas verhindern können. Warum verlieren die Grünen dann in sämtlichen Umfragen im Vergleich zur letzten Wahl? Also, die Hochwasserkatastrophe, das ist jetzt vorgestern gewesen, also da irgendein Zusammenhang. Was ist jetzt? Da sind Echtzeitdaten. Also, da diesen Zusammenhang herzustellen, halte ich umgekehrt auch wieder für ein bisschen unlauter. Tatsache ist, wir Grüne haben in den vergangenen fünf Jahren so viel Klimaschutz gemacht wie keine andere Regierung zuvor. Vom Klimaticket angefangen, über den Bahnausbau, über den Klimabonus, die CO2-Bepreisung und, und, und. Und wir bessern hier nach, was Regierungen über Jahrzehnte nicht gemacht haben. Ja, es ist eine Aufholjagd. Sie erinnern sich, 2019 waren ganz andere Rahmenbedingungen. Fridays for Future, die Grünen sind wieder zurück ins Parlament gekommen. Und es waren die fünf vergangenen Jahre eine große Herausforderung. Aber ich sage Ihnen auch eines, meine politische Überzeugung und das, wofür ich einstehe, mache ich nicht davon abhängig, was in Umfragen daherkommt, sondern ich mache es davon abhängig, was notwendig ist. Und dass angesichts dieser Katastrophe klar ist, dass wir mit der Versiegelung aufhören müssen, dass wir den Hochwasserschutz natürlich weiter ausbauen müssen, darum kommen wir nicht herum, aber natürlich auch renaturieren müssen und unsere Flüsse wieder ihren natürlichen Lauf zurückgeben müssen, das steht völlig außer Frage. Und das sage ich hier nicht mit Blick auf eine Wahl in zwei Wochen, dass das zeitlich zusammenfällt, haben wir uns nicht ausgesucht, sondern das sage ich aus völliger Überzeugung dafür, was wir für politische Maßnahmen setzen. Zu guter Letzt noch eine kurze Frage, ich darf Sie um eine kurze Antwort bitten. Gibt es einen Teil von Ihnen, der sich denkt, ich bin ganz froh, wenn es dann nach der nächsten Wahl vorbei ist, wenn ich nicht mehr mit Menschen in einer Koalition sein muss, die gegen alles sind, uns verklagen etc. Oder umgekehrt, würden Sie mit jemandem wie Frau Plackholm nochmal in eine Regierung gehen, wenn es denn sein muss? Schauen Sie, mein politisches Engagement ist nicht bei persönlicher Befindlichkeit und ob es ich besonders angenehm finde mit der Frau Plackholm oder nicht, sondern es ist meine Verantwortung, ich werde gewählt für ein Mandat, für ein Programm, für das Sie einstehen und kämpfen werden, an welcher Stelle auch immer, gerne wieder als Regierungsklubabfrau. Frau Mauer, dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.